Ich war da kürzlich zufällig, kam ich da vorbei, ging ich da so in eine Beate raus. Also, Sie brauchen auch nicht alles glauben, was aussen angeschrieben ist. Da stand dann Zutritt ab 18 Jahren. Zutritt, ich habe noch 10 Minuten gewartet, bis es noch 2 Uhr kommt. Und dann verkaufen die da Gartenartikel. Ja, mitten in Zürich haben die da Gartenartikel. Wenn ich denke, wie Josephine im Frühjahr letztes Jahr noch mühsam auf den Knien herumgerutscht ist. Und Josephine hat immer noch so ein Hölzerner, so ein Setzholz gebraucht. Jetzt gäbe es da so elektrische. Da habe ich natürlich gefragt, Fräulein, wieso gibt es so verschiedene Farben und Formen von diesen Setzholzern? Dann ist da eines für Gurken, eines für... Wissen Sie, was die gesagt hat? Das würde einen Mann ersetzen. Da habe ich aber gestaunt. Das kleine, gummige Ding, das nur so im Zeug schnumpf vibrieren kann, das soll einen Mann ersetzen. Da habe ich gesagt, das würde mich dann interessieren, wie das am Samstag den Müller runterbringt und den Rasenmäht. Die Stimme ist dieps Storm. Das war die D 못ungsji音. Ich freue mich. Das war die Dienung. Wîle Er searching.